Hallo zusammen, na hallo Freunde, ich habe mal wieder experimentiert und zwar habe ich bei Thomas Philips, falls es euch bekannt ist, so einen Restpostenmarkt. Flüssiger Kunststoff, und zwar 16,98 Euro, 5 Liter, es ist natürlich grau, so wie es hier oben zu sehen ist, ich habe es leicht versucht, jetzt mal mit Farbe, ich habe ein bisschen rosa, noch ein bisschen weiß dazu gegeben, aber das lässt sich noch üben. Mit diesem Medium Glänzen von Bösner habe ich gemacht und 300er Silikon, also wenn dann die Zutaten braucht ihr. Ich probiere das nächste Mal auch noch mit einem Menükleber, ob das auch funktioniert. Ich dachte mir halt, weil dieses Medium Glänzen ist auch ein bisschen so klebrig wie das Kunststoff. Ich finde es eh nicht langsam, oder ich komme langsam dahin, dieses Gelee- oder Blumentechnik. Und schaut es euch an, ich glaube es ist für euch auch interessant. Farben habe ich schwarz genommen. Dann dieses, da muss ich kurz schauen. Ja, permanent, rot-violett, light und blau, genau, türkis-blau, das war es. Okay, ja ich freue mich ein bisschen, weil das hat eigentlich so gut funktioniert. Ich denke mir, dass ich das in Zukunft vielleicht ein bisschen öfters mache. Ich muss nur schauen, dass ich den Farbton richtig aufmischen kann, dass wir von dem Grau wegkommen. Und werde jetzt nochmal ein Bild testen, weil ich einfach noch Farbe übrig habe. Schaut euch erstmal das Video an. Ich denke mir, das nächste Video bringe ich dann auch nochmal mit diesen Farben. Mal sehen, ob es anders wird. Und dann probieren wir das auch mal mit diesem Venue-Kleber aus. Vielleicht funktioniert es. Leute, für 16 Euro und 5 Liter ist natürlich, wie gesagt, von der Farbe her, vielleicht bekommt man auch weißen Flüssigbeton. Also mir ist das nur aufgefallen durch Zufall. Ihr wisst ja, ich stöber immer rum. Und dann schaue ich, was ich brauchen kann, was ich probieren kann. Und vielleicht schaue ich auch mal, vielleicht bekomme ich auch weißen flüssigen Kunststoff. Müsste es bestimmt auch geben. Okay, den Kunststoff natürlich etwas mit Wasser angemischt. Vielleicht auch noch dazu zu sagen, weil es stand drin, dass Wasser drin ist. Also Wasser enthalten ist. Dachte ich mir, kann nichts passieren, wenn ich es etwas verdünne. Ich muss natürlich jetzt auch noch schauen, wie es trocken dann aussieht. Ob es reißt, ob es so bleibt. Wir schauen. Alles klar. Lasst euch überraschen. Ich finde es cool. Dann bis bald. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018